Meine Damen und Herren, London ist am A- Aber keine Sorge, wir haben unseren besten Mann auf den Fall angesetzt. Wenn jemand den Karren aus dem Dreck ziehen kann, dann dieser geschmeidige Superspion. Oh. Tja, sieht aus, als wäre wieder eine Stelle frei. Es herrscht Ausnahmezustand. Alle Einheiten sollen ausrücken, die ganze Stadt abrufen. Privatarmeen haben die Straßen im Griff. Wonach der Vertrag mit Albion Security unbefristet verlängert wurde. Eine korrupte Spionageagentur lauert im Schatten. Lektion 1. Wenn du lügen willst, verflechte es mit Wahrheit. Und das organisierte Verbrechen hat die ganze Stadt bei den Eiern gepackt. Kellys führen einen Schwarzmarkt für menschliche Organe. Aber ich muss doch meine Ware im Auge behalten, nicht wahr? Die Regierung lässt uns in aller Öffentlichkeit von Albion erschießen. Bau den Widerstand auf. Du kannst jeden in der Stadt rekrutieren. Und ich meine wirklich jeden. Geniale Hacker. Arbeitstiere. Idioten. Ganz normale Leute. Mit unterschiedlichen Zielen. Und einzigartigen Fähigkeiten. Die richtige Person für den Job? Oder die, von der du es am wenigsten erwartest? Die Stadt braucht einen Widerstand. Und er beginnt mit dir. Was sagst du? Bin drin. Willkommen beim Widerstand. Augen auf! Waffen raus! Hier geht's gleich rund. Finde sie. Rekrutiere sie. Willkommen beim Widerstand. Willkommen beim Widerstand. Rekrutiere sie.